Musik 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 Die Tool Show ist ein Projekt der Deutschen Tonerjugend, die immer im Rahmen des Tonfestes aufgeführt wird. Hier geht es darum, dass ein Choreograf aus verschiedenen Gruppen, die sich für die Tool Show bewerben, ihrer Show, ihrem Auftritt, der Choreograf setzt sie dann zu einem Gesamtwerk zusammen. Und in diesem Jahr ist das Motto mal eben meine Welt treffen. Wir haben zwei Hauptdarsteller, die von den Sternen auf die Erde gesendet werden, um hier so ein bisschen Verordnung zu schaffen. Also alles, was so den Medienkonsum, die Individualisierung betrifft, das wird schön in der Geschichte verbunden, um dann eben alle wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Musik 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 Wir sehen wie eine Geschichte über die Mobber, über die Gemobbte im Internet und über die Spielsucht, darüber wie die Polizei dann vorgeht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020